Die Reifen drehen durch. Mit Vollgas auf die Straße und ab gegen den Pfeiler. Unfassbare Szenen aus Indien. Das Fahrzeug scheint völlig außer Kontrolle. Kein Wunder, der Fahrer ist hoffnungslos betrunken. Das berichten lokale Medien. Als der Wagen einen Baum rammt, eilen mutige Passanten herbei und zerren den Betrunkenen aus dem Fahrzeug. Hauptsache weg vom Steuer- und Gaspedal. Ob sie auch die Polizei alarmierten, ist bisher nicht bekannt. Es bleibt ein Riesenglück, dass bei dieser Sufffahrt keiner zu Schaden kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017